Luis Enrique wusste schon, was kommen wird. 2 zu 1 gegen Atletico, ein knapper Sieg. Nach dem verlorenen Klassico das zweite Spiel in Folge, in dem der FC Barcelona nicht so zauberte, wie man es gewohnt ist. Der Trainer in Erklärungsnot. Du musst sehr gut aufgestellt und sehr präzise sein. Außerdem musst du flüssig spielen und viel Kontrolle über den Ball haben, um es mit Atletico aufzunehmen. Vielleicht hat es uns in diesen Faktoren in der ersten Halbzeit gemangelt. Wir waren ungenau und haben es mit Einzelaktionen versucht. Das funktioniert nicht, wenn du nicht besonders flüssig spielst, selbst wenn man Spieler mit solch hoher Qualität hat wie wir. Es ist die Krux des Barca-Ensembles, dass jeder stets ein Spektakel erwartet. Ich denke, die Mannschaft und die Spieler haben viele Jahre auf dem allerhöchsten Niveau gespielt. Und ich bin der Meinung, dass es da auch mal erlaubt sein sollte, weniger flüssig zu spielen und zu glänzen. Aber ich habe die zweite Halbzeit sehr gemocht. Und jetzt freuen wir uns schon darauf, im Calderon zu spielen, auch wenn wir zunächst noch eine Partie in Anueta haben. Und darum kümmern wir uns als erstes. Immerhin hatte seine Mannschaft das Spiel gedreht. Zwei Tore von Suárez, der Matchwinner. Wir wissen, dass wir ein gutes Ergebnis erzielt haben. Aber wir sind uns auch darüber im Klaren, dass sie ein Auswärtstor erzielt haben. Doch sie müssen in Madrid ein Tor schießen, denn im Moment liegen wir vorn. Das Rückspiel wird eine enge Kiste. Barcelona ist Druck nicht gewohnt. Diego Simeone sieht für Atletico noch alle Chancen. Wir leben noch. Sie hatten einen Spieler mehr als wir und damit die Möglichkeit, noch mehr Tore und somit eine deutlich komfortablere Situation zu erzielen. Aber das haben sie nicht. Und das gibt uns Hoffnung. Und die Menschen in Madrid werden mit großer Lust und Begeisterung ins Stadion kommen, weil sie wissen, dass hier ein großartiges Spiel erwartet. So sehen wir es und die Fans auch. Die Leute der Atletico in Madrid entgegen, dass sie zum Stadion gekommen sind. Und sie wissen, dass es ein schönes Spiel, wenn wir alle wissen, die Leute und uns. Das schießen wir Probleme, dierendzen immer im Nachk Amen zu, Und Kubernetes zu Nosaltres. Selben uns alle vollkommen sich chillen. Das waren alle viele Schäten und arbeiten sie an, hier域ringsz nurse , Das war eine Beaccord. Alles heit halt nur. Und dabei sind hysterische HEST recap. Die Leute das auf brauchbar. heard je. Halt zu hören.